Glück auf Schalker und herzlich willkommen hier auf Currywurst und Dosenbier zu den S04. Und zwar mit einer Meldung von der Bild-Zeitung, denn die titelt heute Schalke riskiert mit Freizeittaktik den Aufstieg. Kein anderer Klub tritt weniger sechs freie Tage in zwei Wochen. Ja, es ist Ländersche Pause und kein deutsches Profi, die macht in der Pause mehr blau als Schalke 04. So zumindest laut der Bild-Zeitung. Obwohl ja auch Trainer Gramozis erst vor ein paar Tagen noch betont hat. Wir brauchen Zeit, um Automatismen reinzubekommen. Ich hoffe, dass wir in den zwei Wochen den letzten Feindschiff bekommen und die neuen Spieler integrieren. Dann werden wir mit einem deutlichen Schritt nach vorne machen. Zeit war auf jeden Fall natürlich jetzt dadurch, die Ländersche Pause, die ja auch immer noch anläuft. Doch Teroddo und Co. dürfen aktuell gleich sechsmal die Füße hochlegen. Sprich sechs freie Tage in zwei Wochen. Schalke riskiert mit Freizeittaktik den Aufstieg. Ja, das zumindest laut der Bild-Zeitung. Denn Königsblau macht doppelt so häufig frei wie der Zeitliga-Konkurrenz im Schnitt. Dort sind es nämlich 3,01 Tage. Mit Frankfurt gibt es überhaupt nur ein Klub unter den 36 Profiteams, der seinen Spülern ebenfalls sechs Tage Urlaub erlaubt. Augsburg, nur ein freier Tag wie auch Dortmund und zwei nutzen die Zeit trotzdem im Kader hingegen, um Defizite auszumerzen. Das finde ich natürlich auch an sich gut, dass man wenig freie Tage hat und mehr trainiert, weil wir alle wissen, ja, auf Schalke läuft noch lange nichts rund. Es gilt einfach viel zu trainieren. Trotzdem gibt es auf Schalke viele freie Tage. Man muss aber auch dazu sagen, Schalke steht dort auf Platz 1 mit Frankfurt mit sechs freien Tagen, dahinter Köln mit fünf und dann eben mit vier freien Tagen haben wir ganz, ganz viele. Auch Zweitligisten wie Rostock, Aue, Bremen, St. Pauli, Kiel unter anderem. Also der Durchschnitt liegt bei drei, vier Tagen. Die meisten haben auch das in Liga 2 gewählt. Schalke halt nochmal zwei Tage mehr. Grund sei wohl folgendes und zwar die Regeneration. Neben fünf Nationalspielern fehlen einfach auch vier Profis angeschlagen. Drechsler, Bülte, Ovian und Ramftel. Dazu Blendi Idrichsen mit einer Knieverletzung länger auszufallen droht. Sprich, damit will man halt eben es hinbekommen, dass die Leute fit sind. Trotzdem finde ich sechs Tage schon wirklich eine ordentliche Zahl bei diesen zwei Wochen. Training ist nämlich durchaus wichtig. Aber jetzt so weit zu gehen wie die Bildzeit und dass diese Freizeittaktik einen Aufstieg riskiert. Naja, Thema Aufstieg ist eh noch ein paar Spieltage entfernt. Eure Meinung zur Schalkes Freizeittaktik mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.